Hallo meine Freunde und herzlich willkommen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ich freue mich, dass ihr am Start seid, ich hoffe es geht euch gut. Heute beschäftigen wir uns mit den nächst anliegenden Patch Notes, ja es ist mal wieder soweit, alle zwei Wochen kommen die Patch Notes. Hier muss ich aber ganz schnell, ich bin ehrlich, einen Step in machen und zwar ist es nämlich tatsächlich so, die Patch Notes kommen sonst immer Dienstagabends. Jetzt ist es wieder so, dass sie Mittwochabends kommen und ich bin morgen leider nicht da. Ja, das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, ja wir gehen heute die PBE Patch Notes durch, die zu 95% genau so sein werden wie die Patch Notes, das heißt hier und da werden kleine Änderungen geben, ja. Oder es kommen halt morgen gar keine Patch Notes und deswegen habe ich mir gedacht, ja, besser so ein bisschen als gar nicht. Denn, ja, wir haben schon mal über die PBE Sachen geredet, aber es sind viele, viele neue Änderungen dazu gekommen, wo ich mir denke, ja, das könnte eigentlich relativ interessant werden. Ja, natürlich das ganze Krempel, den wir hier hatten, Kale kommt dazu, Morgana bekommt ihr Rework, das, also ich predikte, dass Kale wirklich schlecht sein wird, das ist erstmal meine Prognose. Ich freue mich natürlich drüber über neue Champs, über Reworks, aber ich glaube, dieser Champion wird viel zu Late-Game-lastig sein. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Asie, muss ich ehrlich sagen, es hört hier einfach gar nicht mehr auf, es findet einfach kein Ende. Es ist so ein bisschen wie Asie und Asie braucht auch einfach viel zu lange ins Game reinzukommen, ist aber wahrscheinlich ein besserer Asie. Ja, über Kali haben wir schon ein bisschen gesprochen, naja, wir gehen die Sachen, die wir schon besprochen haben, mal ganz, ganz schnell durch. Das heißt, ihre Passive bekommt sie mehr Move-N-Speed, ihre W ist so, dass sie das jetzt schneller auffrischen kann, beziehungsweise die Duration schneller erhöht bekommt und sie jetzt nicht mehr so gut von Türmen gesehen wird. Und ihr Shuriken-Damage ist ein bisschen erhöht worden und auch ihr Ultimate-Damage, beziehungsweise Cooldown ist reduziert worden. Das heißt, hier haben wir viele, viele Buffs, was wir noch nicht hatten, sind zum Beispiel diese beiden Champions, hier haben wir zunächst Shugart. Bei Shugart ist es so, ja, da habe ich schon gehört, ja, wow, Shugart bekommt einen 2-Damage-Buff auf dem PBE. Also seine E, ja, bekommt auf Stufe 1 tatsächlich 2-Damage, aber hier muss man natürlich, ne, Leute, die sowas sagen, sagen sowas ohne Gehirn. Denn Shugart macht ja auf seine E jedes Mal mit seinen Autotech. Autotech, 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 also beziehungsweise auf 3 Autotechs macht er diesen Schaden. Und deswegen ist es ja auch nicht nur 2-Damage, sondern auf Stufe 1 sogar vielleicht 6-Damage. Und dieser Damage geht ja nicht nur auf eine Person, sondern auf zum Beispiel alle Minions, ne. Das heißt, man kann hier deutlich, deutlich den Wave-Clear anheben. Außerdem ist der eh auch der Spell, den er maxed. Das heißt, wenn ihr diesen Spell auf Stufe 5 habt, dann ist das sogar schon 10-Damage, die ihr dazu bekommt. Das sind auf, ja, 3 Autotechs, 30-Damage. Ist gar nicht so bad eigentlich, das geht. Shugart aktuell aber auch in einem Spot, der wirklich, wirklich nicht gut ist. Das heißt, sie hat eine Winrate von so 47-48% ist nicht besonders stark. Da gibt es einfach bessere Alternativen, wenn wir ehrlich sind. Ne, wenn du so einen Tank of a Toplane spielen willst, dann vielleicht sowas wie Nautilus, Maokai, die aktuell auch nicht so insane sind, aber besser als Shugart. Ja, Doktor Mundo, ne, könnte auch in diese Richtung gehen. Er ist ja der Magic Tank. Er wird gebufft und zwar ist es nämlich so, dass er durch seine E jedes Mal, wenn er Damage bekommt oder HP bezahlt, bekommt er einen Stack, der ihm Magieressenz gewährt. Das war bisher so, dass ein Stack ihm 2% gab. Das wird jetzt auf 3% angehoben. Und die maximale Stackanzahl war vorher 3 bis 15 und jetzt 2 bis 14. Das heißt, unterm Strich, er bekommt größere Stacks. Das heißt, mehr bekommt er pro Stack. Kann aber nicht mehr so viele Stacks haben, gewinnt aber trotzdem. Ja, das heißt, auf Stufe 1 bleibt es bei 6%. Aber hier haben wir zum Beispiel 15 Stacks mal 2%, sind 30% Magieressenz, die er hat. Hier haben wir 3% mal 14. Das heißt, wir kommen auf 42% Magieressenz und das ist definitiv ein ziemlich großer Win für Doktor Mundo. Bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob das der richtige Weg ist. Also, ich finde es cool, Mundo, ja, er ist ein Anti-Magic-Tank. Das ist seine Bestimmung. Das finde ich cool, dass man ihn in diese Rolle drückt und dass er das einfach ist. Das Problem dabei ist, als Magier kannst du diesen Champion überhaupt gar nicht töten. Geht so gut wie gar nicht. Also, auch wenn er Armor bauen würde, du kannst als Magier meistens sowieso keine Tanks töten. Das ist sowieso super, super schwierig. Also, es kommt immer auf den Magiern, Malzer und so, ne? Aber es ist meistens super schwierig, weil dir einfach zu viel Schaden fehlt. Und, also, Mundo, den, ja, ich weiß ja nicht, ne? Aber, ähm, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, Mundo ist aktuell auch nicht so stark. Wer ebenfalls nicht so stark ist, ne? Ihr seht, hier sind einige neue Champions dabei. Gangplank. Gangplank ist ja immer sehr, sehr abhängig von den Crit-Änderungen, von Trinity-Änderungen, von irgendwelchen Lethality. Also, eigentlich, ne, Gangplank hat überall seine Finger drin, ne? Und wenn irgendwas genervt wird, dann ist ein Finger ab. Das ist so ein bisschen das Problem bei Gangplank, muss man sagen. Ja, ist ein E-Krieg im Buff auf Stufe 1. 20 mehr Schaden im Late-Game gleich. 20 mehr Schaden, ich muss zugeben, ich bin kein Gangplank-Man. Ich kann nur spekulieren. Aber ich denke, das ist sehr, sehr schön. Klar, es ist nur auf Stufe 1, aber du magst ja die Q als erstes durch. Und die E bleibt auf 1, das heißt, du hast direkt 20 mehr Damage, kannst besser poken und sogar noch viel besser. Kannst du vielleicht mal Vögel clearn, wenn du zwischendurch oder so ein Camp machst. Oder halt generell einfach deine Lane-Farm. Ne, das heißt, du brauchst für jeden Minion Autotech weniger circa. Vielleicht, also, ne? Einen halben Autotech weniger, irgendwas in der Richtung. Das könnte schon ganz nett sein, denke ich. Also, warum nicht? Außerdem, Cannon Barrage macht jetzt mehr Schaden. 5 auf 1. Stufe und 15 auf der letzten Stufe. Jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, ja, Tobi, 5 Damage ist ja gar nicht so geil. Aber auch hier, das würde nur ein Dunnkopf sagen. Denn wir haben 12 Waves. 12. Ja, hier steht per Wave. Das heißt, 12 mal 5. Klar, jetzt müssen wir ehrlich sein, ne? Man bleibt ja auch nicht in der Ultimate drin stehen und kriegt nicht immer alles ab. Aber manchmal kriegt man mal so, keine Ahnung, so 5 Waves ab oder 6 Waves ab. Und dann sind das auch schon so 30 zusätzliche Schaden. Vielleicht auch mal 50, ne? So was in der Richtung. Also, das ist gar nicht so bad. Vor allem später. 15 Damage, ne? Klar, muss man hier sagen, es ist Magic Damage. Und im Late Game ist Magic Damage auf Gangplink immer schwierig, weil er halt keine Magic Pen hat. Aber, ja. Graves. Graves bekommt 3 mehr AD. 3 mehr AD auf Graves tut auf jeden Fall weh, weil er super krass mit AD skaliert. Er hat super heftige Spells, die alle richtig hart reinböllern. Außerdem mag ich keine Graves-Meta wieder haben. Graves ist gerade right now nicht so super stark, sind wir ehrlich. Er ist nur bei 48, 49%. Aber, ich weiß nicht, Graves ist komplett eklig. Du kannst den Jungle-Dude einfach nicht traden, weil er entfernt. Die meisten Jungle-Dude sind Nahkämpfer und er ist einfach ein Fernkämpfer. Chase dich down, böllert dich weg, counter-junglet dich, gankt deine Lanes, outfarmt dich, outtradet dich, outjunglet einfach alles. Ich mag Graves. Also, nicht. Ich mag Graves an sich, ja, aber nicht gegen ihn zu spielen und weiß ich nicht. Also, gute Graves sind echt schlau. Jyn. Jyn bekommt auf seiner Dancing Grenade mehr Prozent Duelles Flat Scaling, ja. Das heißt, er scale nicht mehr mit 40% Punkte, Achtung, ja, bevor ich wieder geflamed werde, sondern mit 45% und das auch hier im Late Game. 5% mehr. Im Early Game kaum interessant, wird da nicht viel ausmachen, aber gerade im Late Game. 5% von Jyn, der einfach 200 Millionen AD hat, ist schon ziemlich, ziemlich cool. Vor allem ist das ja auch Total AD. Das heißt, das ist ein guter Buff auf jeden Fall, den Jyn braucht, denn Jyn ist gerade nicht so stark, wenn wir ehrlich sind. Ja, über Niko haben wir ja schon gesprochen, ja, das heißt, Niko ist eh, wird gebufft, der Root wird einfach besser, der stackt schneller hoch, dass er stärker wird und hält länger. Ja, wichtig ist jetzt, dass wir noch Nuno dabei haben. Nuno bekommt weniger HP und weniger Healing, sogar deutlich weniger Healing, 40 HP weniger. Das ganze scale natürlich nochmal mit einem gewissen Prozentsatz, das heißt, wenn er unter 50% ist, bekommt er 50% mehr. Es ist also nicht bei diesen 250 getan. Ich finde es, den Healing zu reduzieren, definitiv sehr, sehr gut, weil der fühlt sich manchmal echt unfair an. Also Nuno hat noch 10%, zack, auf einmal 40. Na, kommt im Déjà-vu zu Silas so ein bisschen. Aber finde ich auf jeden Fall gut, vor allem, weil Nuno gerade so ein bisschen Hidden OP ist. Nicht viele spielen ihn, aber die, die ihn spielen, er ist Bro, ist im Jungle. Wenn du Nuno kannst, er ist wirklich Bro. Rakan, meine Freunde. Rakan bekommt mehr Damage auf seiner W, das heißt, hier haben wir 20 mehr Damage im Late Game. Ist okay, ist fein. Wenn wir ehrlich sind, 270 Damage ist echt viel. 270 Damage ist wie die Fiss-E. Ich glaube, die macht auch 250 oder 270 Schaden. Das ist ein echt, echt solider, guter Wert. Not bad, muss man ehrlich sagen. So viel macht nicht mal die Asi-Ult auf Stufe 2. Die macht auf Stufe 2 250 Damage. Ja, außerdem, sein Speed, beziehungsweise wie schnell auf den Gegner zudasht, sein Missile-Speed, skaliert jetzt nicht mehr übers Level. Das heißt, feiertet ihr, glaube ich, mit Level 1, dann 6 und dann 11 oder sowas. Hat sich das erhöht? Das bleibt jetzt immer bei 1500. Das ist definitiv ein kleiner Buff. Ist nicht insane, der wird immer noch relativ langsam sein, aber es geht in die richtige Richtung. Und man tastet sich hier langsam an Rakan ran. Das finde ich wirklich gut. Langsames Rantasten, nicht sofort sagen, ja, zack, hier, pack das wieder auf 2k, mach hier 350, so wie bei Akali, ne. Sondern langsam tasten. Scan haben wir natürlich die Spires, die da zukommen. Ich denke mal, die meisten Sachen, wenn ihr meinen Kanal ein bisschen verfolgt, habe ich ja schon mal wieder drüber gemacht. Auch über Silas. Timo haben wir, die Timo Changes, Leute. Die Leute, die sich drauf gefreut haben, das Ganze wird verschoben. Das heißt, ihr seht, alles ist durchgestrichen. Das heißt nicht, dass es nicht kommen wird, aber das heißt, man benötigt mehr Zeit. Es ist noch nicht ready für den Server. Ich meine, auf dem Tester ist sowieso schwierig, irgendwas zu testen. Das ist, ja, ich weiß nicht. Das ist, als wenn du Lebensmitteltester bist und du hast da einen Haufen Kühe und schmeißt dir da irgendwas hin und fragst sie, ob das geil war. Das ist, die Leute auf dem PBE, das ist einfach überhaupt nicht verlässlich. Also, deswegen, du kannst auch keine neuen Champions auf dem PBE testen. Niemand kann Riot einen Vorwurf machen. Hey, die haben schon wieder einen voll Broken Champion rausgebracht. Die Leute auf dem PBE, die spielen einfach wie bei Himpels unter dem Sofa. Die können richtig rip einfach. Da kannst du gar nichts testen. Trön da mehr. Trön fucking da mehr. Ist aktuell super schwach, sind wir ehrlich. Ich habe ihn gemaint vor kurzem noch in der Zeit, wo er echt schwach ist. Er hat 47% oder so. Oder 48%, Katastrophe. Bei 48% Katastrophe. Er bekommt ja pro Fury Crit dazu. Das ist aktuell pro 1 Fury 0,35. Oder es ist pro 10 Fuel. Pro 10, glaube ich. Ne, ne, ich schaue schon 0,35. Was wichtig ist, ist, dass wenn ihr volles Fury habt, habt ihr vorher 35% gehabt und jetzt habt ihr 50. 50. 50. Naja, das Geld allerdings mit dem Level, muss man sagen. Ja, das heißt, ihr habt vorher auf Stufe... Also hier habt ihr auf Stufe 1, habt ihr immer noch 0,35. Auf Stufe 6 habt ihr 0,4. Dann auf Stufe 11 habt ihr 0,45. Ne, das heißt, das wäre auch ehrlich gesagt ein bisschen unfair, wenn du auf Stufe 1 direkt mit 50% Krit daherläufst. Ne, das wäre... Ich meine, Krit ist immer noch unlucky und... Das ist halt so, aber ich finde die Idee cool. Die Frage ist, was macht man jetzt? Was 50% Krit? Du kaufst einen Infinity Edge, das gibt 20 oder gibt es 25? Ne, das passt genau. Haben die das vielleicht deswegen auch gemacht? Du brauchst zwei Krit-Alterns, bist bei 100% Krit. Hat man 100%? Normalerweise hast du nie 100% Krit auf Triname gehabt, oder? Normalerweise nicht. Du brauchst jetzt Infinity Edge, dann noch Statics oder Phantom Dancer und bist du bei 100%. Das knallt, da freue ich mich. Ich werde Triname am Main, glaube ich. Denke ich, mal wieder. Mal gucken. Ja, dann haben wir natürlich noch Y. Y ist sowieso super cool, interessant. Ich denke, sobald dieser Change raus ist... Also sollte man auf jeden Fall Y spielen. Das ist super cool. Man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich denke, die Änderungen sind wirklich, wirklich cool. Was im Endeffekt passiert ist, dass ihre W jetzt, beziehungsweise ihre Passive ist verlässlicher. Das heißt, der Schild-Colomb skaliert mit ihren Denting Blows. Wenn sie also wirklich viel, viel tradet und mit dem Attack Speed reinböller den Gegner, kriegt sie regelmäßig ihr Schild ab, was jetzt auch stärker ist. Ihre Q macht jetzt vollen Damage an Monstern und Minions. Das heißt, den Spell kannst du richtig geil im Jungle Maxen und richtig cool ganken. Ist ziemlich cool. Eure W gibt euch mehr Attack Speed, was definitiv auch nicht schlecht ist. Die E kann jetzt kritten und hat mehr API-Scaling. Kann man definitiv drüber diskutieren. Hat ein bisschen weniger Total AD-Scaling. Ist ein bisschen unglücklich. Und die Ultimate ist generell jetzt nützlicher. Das heißt, sie hat jetzt keinen verringerten Schaden mehr, wenn sie zusätzliche Ziele trifft. Außerdem werden zusätzliche Ziele weiter weggenockt. Und die Knock-Up, also länger weggenockt. Und die Knock-Up Distanz ist deswegen, weil sie länger weggenockt werden, natürlich auch deutlich größer. Und auch der Schaden wird hier, zumindest der Roh-Schaden wird angehoben. Dafür hat das Scaling etwas reduziert, was für Tank-Wide definitiv nicht schlecht ist. Das heißt, du musst nicht auf AD bauen, um trotzdem einen hohen Wert zu erreichen. Finde ich an sich nicht verkehrt. Dann haben wir natürlich noch den Jorik-Nerf. Den hatten wir, glaube ich, haben wir den mal besprochen? Ich glaube noch nicht. Das heißt, der Maiden, das ist ja seine Ultimate, macht jetzt etwas weniger Schaden und saugt auch weniger prozentualen Damage raus. Das ist nur 1% weniger. Hier auf Late Game, Early Game 2%. Kann man, denke ich, noch mit leben. Ich meine, Jorik ist gerade auch wirklich sehr, sehr stark. Relic-Schild-Ändung hatten wir. Stormraiser haben wir natürlich noch dabei. Das heißt, 5 mehr AD auf Stormraiser, 5% mehr Attack-Speed. Der ist aktuell auch wirklich sehr, sehr useless. Der muss unbedingt gebufft werden. Conqueror, meine Freunde. Conqueror wird genervt. Er wurde ja letztens erst gehot-fixed-nervt. Jetzt wird er nochmal genervt. Das heißt, den Wert, den ihr dazu bekommt, der war vorher 2 bis 10. Achtung, das ist nicht AD, sondern Adaptive Force. Adaptive Force ist so, ich weiß nicht die genaue Umrechnung, aber ich glaube, es ist 1 zu 1 AP. Das heißt, es wären 10 AP. Aber die AD-Skalierung ist irgendwie 0,8 oder 0,75. Ja, das heißt, dieser Wert wäre in AD umgerechnet 0,75 oder sowas. Und das wird jetzt reduziert auf 2 bis 6. Ja, Early Game bleibt gleich. Allerdings im Late Game habt ihr nur noch 6. Ich bin mir, glaube ich, sicher, dass das alte Conqueror 35 AD gegeben hat. Das ganz, ganz alte Conqueror. Also so alt ist es jetzt auch noch nicht. Naja, aber 35 AD gab es dazu und jetzt bekommt ihr halt 30 Adaptive Force. Das heißt, es sind, keine Ahnung, 25 oder irgendwie sowas AD. Das ist, ich glaube, damit können wir Conqueror tatsächlich wieder begraben. Damit ist das Ding, glaube ich, relativ durch. Wenn es wirklich so durchkommt, wie es hier ist. Cutdown macht ein bisschen mehr Schaden. Das ist ein kleiner Buff für Adi-Cales. Und damit wären wir am Ende durchgekommen. Ich bin natürlich gespannt, wie das Ganze sich auswirken wird. Ich muss mich natürlich entschuldigen. Wie gesagt, es sind heute mal nur die vorläufigen Patch Notes. I'm sorry, aber es ist immer noch besser als gar nichts, denke ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Auf Wiedersehen. Ach so, Leute. Und ihr müsst auf meinem zweiten Kanal gehen. Am zweiten Kanal ist jetzt Abnautica Gameplay. Und Oxygen wird auch noch kommen. Checkt es ab. Now. Ist unten in den Kommentaren. Tschüss. Tschüss.